Züge und Radiotechnik Am 9. November 2019 führte die Traditionsgemeinschaft BW Halle P eine Sonderfahrt von Erfurt über Halle nach Binz durch. Gezogen wurde der Sonderzug von 229, 181 und 147. Diese Fahrt sollte gleichzeitig als Abschiedsfahrt für die beiden U-Boote sein. Bereits am 8. November begann die Vorbereitung für diese Sonderfahrt. Hier sehen wir die beiden U-Boote bei der Ausfahrt in Halle nach Erfurt. Vongleis 9. November 2019 führte die DAS-Modelle nach Hamburg-Altona über Berlin-Südkreuz. Abfahrt 12.01. Vongleis 9. RB19 nach Leinefelde über Lutherstadt-Eisleben. Abfahrt 12 Uhr 2 von Gleis 13a und RB 7.40 nach Bernburg über Köln, Abfahrt 12 Uhr 6 von Gleis 1a. Am trüben Morgen des 9. November stellten wir uns am Abzweig AI bei Roslau hin. Mit etwas Verspätung konnten wir dort die beiden Edel-U-Boote mit dem Sonderzug nach Binz sehen. Der Laufweg dieses Sonderzuges erinnerte ein wenig an den Interregio Pommersche Bucht. Wernerfrage Sonder宅 Dies dürften vorerst meine letzten Aufnahmen der beiden sein. Gegen 1.10 Uhr kam am 10. November 229, 181 und 147 mit dem Sonderzug in Dessau an. Mit gut 30 Minuten Verspätung setzte sich der Sonderzug wieder in Bewegung und fuhr weiter in Richtung Ziel Erfurt. Sonderzug in Dessau an. Sonderzug in Dessau an. Sonderzug in Dessau an. Sonderzug in Dessau an.